Oh, hi Leute. Ihr fragt euch sicher, warum ich mich hier hinter einem Baum verstecke? Nun ja, der Grund ist ziemlich einfach. Es ging alles heute Morgen an. Er fürchtet sich nicht. Er geht ganz nah ran. Er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks. Er wartet Tage lang. Und oft passiert da nix. Aber dann muss er ran. Anders. Und die Mysterien. Anders. Anders. Und die Mysterien. Anders. Und die Mysterien. Der Welt. Anders. Und die Mysterien. Anders. Und die Mysterien. Anders. Und die Mysterien. Der Welt. Anders. Heute geht anders in den Wald, in diesem Leben die Gaga Hip Hop war ein mysteriöses Volk, welches unser Forscher heute erforschen wird, zurück an dich anders, oh meine Lunge. Ähm, achso Leute, ich muss euch heute etwas sehr trauriges erzählen. Ich und Rüdiger haben im Moment Ehestreit, deshalb übernimmt die heutige Aufnahme, ähm, der liege Ignaz. Sag hallo Ignaz. Wie immer ein Mann der vielen Worte. Weiter geht's. Ein paar Sekunden später. Das Dickie ist hier so verdammt dick. Deswegen hab ich heute meinen professionellen Heckenschneider dabei. Nichts kann mich aufhalten. Funktionär! Weißt du was, wir laufen einfach nur. Geht doch. Scheiß fliegen! Fliegenspray! Fakt ist sehr deodorant. Äh, 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 Kinder, niemals vergessen. Nicht im Wald Deo sprühen. So entstehen die meisten Waldbrände. Die Polizei sucht mich seit Jahren. Wollten Sie schon immer mal wie anders unwichtig sein? Ähm, ja? Dann hab ich hier das Richtige für Sie. Anders unwichtig Badewasser. Nur noch für kürze Zeit erhältlich. Es hat mein Leben verändert. Ich werde das ganz sicherlich nicht rausprä... Leute, guckt es euch an. Das wird ein Überrest des Dorfes der Gaga-Hiphopper sein. Oh, das Ding war für alt. Gaga-Hiphopisch. Zum Glück hab ich die Sprache natürlich gelernt. Google-Übersichter. Ähm. Hier drauf steht. Ich übersetze, ja? Wenn ihr unsere Zivilisation sucht, müsst ihr einfach nur rechts abbiegen, denn da hinten ist sie. Okay. Tschüss. Was du machen in unserem Gebiet? Du Eindringling. Du sehn also Forscher. Na dann, lass uns kämpfen. Aber auf unsere Art. Mit einer Röp-Bettel. Ist das so betteln? Okay. Und sein muss. Mach dich bereit. Body-Hop. Anders hier drauf wie bei meinen Namen. Da helfen euch auch keine Ruhegaben. Euer Wald hier ist mir echt zuwider. Rettet die Bäume. Esst mehr Biber. Forsche überall in der ganzen Welt. Entdecke Mysterien. Es gibt nichts, was mich auffällt. Yeah. Yeah. Es gibt nichts, was mich auffällt. Du denkst wirklich, du könntest mich nicht so schlechte Röntz besiegen. Du denkst doch wirklich, du bist der heiße Scheiß. Aber deine Editing-Skills sind wie deine Rap-Skills. Genau. Nämlich nicht so nice. Geh jetzt lieber nach Haus. Denn die Schonfuss, die ist aus. Besiegen kannst du mich nie. Du billige Obermilch-Kubi. Autsch. Das dauert tief. Gut, dass ich im Gegensatz zu dir wenigstens nicht meef. Aber jetzt bin ich wieder dran. Ich zeig dir mal, was der anders kann. Meine Videos sind unwichtig. Der Name passt. Ich bin halt zu fresh. Die Ladies geben mir keinen Rast. Bessere Rappings geht's als Eminem oder Drake. Nach der Scheiße hier. Ja. Nach der Scheiße hier. Gönn ich mir den Milchshake. Du warst draufgeschissen. Und so ist das alles passiert. Sie rennen mir gerade mit Pauken und Trompeten und Musik hinterher. Das ist echt schlimm. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Situation rauskommen soll. Mein Handy. Meine Nachricht. Rüdiger. Was wolltest du mir sagen? Guck mal rechts. Warte mal. Ah, da hinten bist du. Ja, wie komme ich hier raus? Nutz Minion, Minium. Der Minion? Was soll der denn gut sein? Mach einfach, du Kerk. Sollte es einfach probieren. Okay. Er hat irgendwie gesagt, der Minion im Rucksack könnte mir irgendwie helfen. Ich röschte ihn halt raus. Ah! Wo bin ich denn hier gelandet? Hoffentlich passiert hier nichts Unerwartetes. Nicht schon wieder!